Musik Ich schütze mich nicht. Ja, indem ich zum Beispiel auf den Fernsehen schaue, dass ich so einfach umstelle. Zum Beispiel, oder? Ich habe im Fernsehen in meinem Zimmer und ich schaue sonst nicht unbedingt wahnsinnig viel. Das glaube ich nicht. Und wenn ich unterwegs bin, achte ich mich nicht wahnsinnig. Wenn es mich nicht interessiert, glaube ich, habe es nicht. Ja, gar nichts. Du kannst mir trotzdem etwas auf mich suchen und an Werbungen. Dann schaue ich mich einfach. Manchmal halt positiv, manchmal negativ. Das kann man fast nicht, wenn man selbst ein Geschäft hat. Gut, man kann es schon. Mit gewissen Zeichen, die man her tun kann. Und so. Dass sie wissen, dass sie nicht mehr so anrufen sollen. Ich lese den Blick nicht. Aus Prinzip nicht. Es gibt einfach Sachen, die ich nicht kaufe. Also, ich melde mich nicht überall an. Nein, ich wache sie nicht einfach ganz. Ja, ich bin einfach mal. 영 한국en in den Betriebs-Wilden.